so hallo so ich bin jetzt hier auch online hallo leute ja es geht heute wieder im one one weiter mit dem uso oder uhrensohn oder was auch immer wir machen heute das one one weiter wir haben letztes mal beide in seeland aufgehört und da geht es heute weiter ich bin sogar schon im ja wo bist du bin schon beim ersten bowser fight digga was für bowser fight aber nicht jetzt echt spielst du schon weiter nein okay gut wir sagen gleich wann es weitergeht hallo an elias dir schon felix gamertow jason spirell jump leon pix nick ich grüße euch alle moin ja wie immer bei mario odyssey wonder ones gehen wir natürlich nicht so sehr auf dem chat ein wir gucken natürlich hin wir lesen auch viel aber wir lesen nicht alles vor da wir ja auch oft miteinander reden deswegen ja ihr wisst bescheid leute zweiter teil ich versuche mal nicht so auf den chat zu achten so ich bin jetzt so weit also ich wäre jetzt ready und sagen machen wir mal einen counter wo soll ich warte auf ich habe fortsetzen jetzt gedrückt ja ich bin im spiel drin aber ich renne noch nicht also ich sitze jetzt mache ich gerade eingeschlafen hallo yes hi anskar anskirr so alter cnc yoshi danke für den euro bro bei mir ist schon wie jemand vip geworden bevor der stream überhaupt los ging danke da an piet servus so okay bist du soweit ich bin bereit ja okay dann mach jetzt den counter unter in drei zwei los abgeschlafen weiter ich bin ein bisschen aufgeregt ich auch ich auch und es war neues vip hier geworden waluigi danke dir bist du denn noch seesland ne ja ich reise jetzt gerade weiter mit meiner odyssees und danke dir fürs vip sein ich kann jetzt gerade nicht sehen was du geworden bist am besten sagst du es mir kurz es gibt ja drei verschiedene vip stufen und so weiter ach du kacke wir gingen noch mal mario odyssey ich habe vergessen wie man das spiel spielt ja wir sind beide profis herz und chat gerne was muss man noch mal machen ich gehe jetzt in city land was muss man noch mal machen in dem spiel wo bist du denn jetzt ach du kacke dagegen den browser ach so ja ja da war ich dir gar nix lärm mal schön musste üben jetzt live üben im stream schon ich bin doch noch nicht jetzt live üben jetzt auch oh der labert wieder so viel ey hast du dir den browser schon besiegt oder nicht siehst so aus ich bin grad am am feld flieg da gerade hin ach so erster treffer ist drin in dem hype ich verstehe nicht alles von dir weil du legst irgendwie ganz schön du legst echt mies ich also nicht dein stream sondern dein audio was ich von dir höre ja an der internet halt normal ich höre dich normal also aktuell server lassen was für eine internetleiter hast du denn 50k oder was hast du bäm zweiter treffer ist drin aber er ist vorne ein bisschen aber nicht viel alter fragt man und der schlittertoe danke dir mit guten laxigen armen ja moin yo futurepixel was geht ab der ehrenmann ja wie gesagt bruder streamt das gerade auch den ganzen spaß und ja jeder aus seiner sicht weil live übertragen ist nicht so wirklich drin alter hab ich ihn yo easy easy alter nice dass ich es noch drauf hatte ich wusste echt nicht mehr wieder geht so schwer ist der aber nicht das krieg mal hin aber ich bin ja auch nicht gut ja gut wer ist schon gut immer audys teo ist gut vor allem in videos dazu habe ich nicht auf jeden fall okay was musste man hier noch mal tun danke edu ich danke dir bro nein ich wollte mich gerade verarschen vor jedem mal hier hat die mütze lukas ich gebe alles oh ja ich zerfstör ihn hoffentlich yo sina was geht schön dass du da bist so ich bin jetzt durch mit ihm ich bin jetzt gerade durch mit ihm und habe ich habe ihn durch gerade okay wir sind echt wir sind echt knapp das wird richtig spannend so das wird echt knapp macht am besten beide streams an da könnt ihr mal gucken wo wir sind am handy geht es natürlich nicht da kann man nur eingucken ich höre nicht alles von dir bro aber warum hörst du mich nicht so gut soll ich mal discord neu starten oder soll ich mal discord neu starten oder was da los dsl modem 1 1 nein nein ich trottel keck was ist passiert ja ich habe ihn gesehen selten hab ihn gesehen wo ist der dude wo ist der dude du bist jetzt gerade käppi oder was da wo ist denn ah ich erinnere ich erinnere bruder mach mal kurz pause mal ganz kurz pause okay dann mach mal discord neu starten okay ja irgendwie ist da discord ja irgendwie grad ein bisschen durch mit dem leben all right discord neu start tschüss tschüss hau rein so was ist denn da los kann noch gar nicht wahr sein was ist denn da los nicht aufregen ja ich schaffe das mit alles mit alles warum ist das hier nicht im vollbild passt das vom sound übrigens leute hat jetzt gar keiner irgendwas also es hat zumindest keiner irgendwie bemängelt deswegen wird das schon passen denke ich so da ist er cool moin hallo okay aktuell klingt doch schon mal ganz gut oder okay 3,2,1 weiter oder jo jo weiter 3,2,1 let's go okay so muss ich jetzt überhaupt hin ich will grad überfordert naja ciao zack all right mhm sound ist gut sehr gut mach mal dieses spiel ahhh ja ja danke black man hast du cappy schon wieder eigentlich gerade eben ja also ich jetzt auch alter fuck das ist ja übner f*** die scheiße ja am ende würdste bosskampf reißen wer ihn besser beherrscht oder so wer mehr glück hat oh mein gott ich beherrsch gar nichts in dem spiel ich sterbe sogar fast da denkste ich wann haben wir das zuletzt durchgespielt uff keine ahnung wirbt geier ja der ist gestorbene vogel keiner braucht ihn äh es hat wirklich von keinem mond mehr wo wo irgend also ich weiß keinen mond mehr ohne witz ich weiß gar nicht ein paar sieht man dann doch einfach gelöscht ausweiten ein bisschen ne nur in new long city kann noch ein paar ja alright cool das tut mir leidest du im pferd aufstehen musst man scheiße im pferd ach du scheiße da steh ich jetzt da bin ich erst an der schlafen ja noch mitternacht ja man da bin ich auch erst ja da muss er schon aufstehen was macht er denn f*** ich verschwende sinnlos zeit was macht er denn ok wo muss ich mit dem dude hin hier hin pfff macht er grad irgendeine scheiße oh gott ok zweiter mond ist drin in dem hype ich hab schon den dritten jetzt ernsthaft oh nice ja ich weiß nicht mal wo der dritte jetzt ist ja es gibt ja keine feste reihenfolge ja aber trotzdem ich weiß jetzt nicht mehr wo ich hin muss ja ich bin jetzt auch schon wieder über 10 ok ach scheiße aktuell auf jeden fall digga 10 brauchen wir oh ne ey oh f*** man ja die welt ist echt nicht so einfach also das ist schon eine schwieriger welt nulang city ist denn das nicht digga ich verstehe übrigens hm da ist nichts von dir es laget übel hart ein warum denn da ist internet halt keine ahnung was ist da los was hast du für eine internetleitung nintendo switch online ne ich weiß nicht ich hab eigentlich gutes internet kein klar an was los ist ja eigentlich in der theorie auch hm ja hoffentlich kriegt sie das ein aber das benutzen halt auch viele leute gleichzeitig muss man dazu sagen ne ist internet cool bei dir jetzt? ok ja ja das ist natürlich doof bei mir jetzt aktuell gar nicht fern das wirklich naaa behindert stehst du zu Fanta Exotic ist leckerer ich hab heute erstmals deine Fanta getrunken schmeckt sehr lecker aber es ist halt ziemlich süß aber es schmeckt schon ganz gut du hast schon probiert? ja ja du musst erstmal die Dose aufkriegen nice haha und dann ging das ne ja alles nicht so einfach wieso mit Dosen öffnen ja 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 mit Dosen öffnen da ist das leicht ja da hä ne Digga wieso wieso kannst du keine Dosen öffnen hä 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 was da musst du erstmal hinkriegen die ging nicht auf ich hab probiert was ich will die ging nicht auf willst du mich verarschen Dosen sind doch mega einfach sonst die ging nicht auf ich mach was ich will die ging nicht auf ich wollte schon fast heulen gehen da war's für ein Jump das war oh mein Gott bin ich gut haha ich frage mich ich frage mich hast du diese Mondstern in diese Mondstücke geholt? die was? diese Mondstücke ne ne ich mach alles voll random ja ich auch ist er da? oh bitte yes ich hab ihn hallo Antonio servus ich will hier ganz schnell weg ne in dieser Welt ganz schnell wir haben 10 Munde oder wie viele? 10 braucht man sagste 4 5 6 7 8 da brauchen wir 10 oder? ja 10 10 10 ja knappes Ding ohne Scheiß wie viel hast du gerade? äh ich glaube 7 also noch 3 gestrichelte als ob als ob als ob sie alle her auf einmal aber jetzt weiß ich nicht mehr ich weiß nicht mehr wie es weiter geht jetzt ich weiß nicht mehr wo die sich befinden alle los rum könnte hier noch einer sein? nein fuck fuck ich bin ein bisschen überfragt jetzt ich auch scheiße scheiße ja das ist ich hab's halt nur einmal durchgespielt also scheiße ja oh ja boah sind denn hier die ich müsste mal ein one on one von donkey kong country 3 machen dann bin ich unbesiegbar hab ich nie gespielt sheesh man da hast du was verpasst ja das ist SNS ne? oder? donkey kong 3 ist SNS ne? oder? auf der Konsole jetzt ja ich hoffe ja dass das für Nintendo Switch Online kommt ja das wär ganz geil das wär nötig zack ich werd hier grad verarscht ne? gar nix gerade oh mein Gott ok noch 3 noch 3 hallo Kilian hallo moin moin noch 3 ok es bleibt knapp man es bleibt knapp ja das wird so spannend wenn das so weiter geht dann werden wir im Finale die letzten also 2 Minuten oder so oder nicht mal eine Minute dann werden wir den Sieger entscheiden Hilfe langsam brauchen wir einen Vorsprung wo ist denn das letzte Mondstück? ach das hab ich auch eh nicht gedacht ah hä? wo ist denn das? ich weiß jetzt nicht welches du brauchst hat Captain Toad eins? Captain Toad? ach da in der Bude? ne der hat nix ich hoffe wie nett ich bin scheiße ich helfe dir sogar noch dicker der hat nen Mond hä da ist doch keins er hat einen er hat einen Mond ach so so mein ach scheiße ich dachte im Mondstück oh ich bin da einfach wieder raus haha oh mein Gott ich war so verzweifelt nach diesen Mondstücken ich bin da einfach wieder raus und dachte mir so der hat da eh nix oh man ja wo ist denn das letzte the fuck ich weiß jetzt ja da hat er einen mehr als ich was hier oben ist ich bin wieder gerade echt am Ende yes ich hab's dann plötzlich zuschauer okay stabil wie viel fehlt ihr? wie fehlt was? also wie viel Monde noch? noch zwei und gleich nur noch einer was soll ich denn da reinkommen? so das letzte der letzte Mond da habe ich schon eine Idee ich hab ne Idee man ich werde dich besiegen ich bin grad gestorben Tag 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 man sehr gut ja ich war grad mit dem Drachen unterwegs und war ein bisschen am Ende mann ok ok digga ok ok das 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 dürfte es doch sein aber nicht zehn Monde sind drin in dem Hype und ich bin tot Hallo 1337 Straßenpenner leben unter der Brücke noch einer noch einer noch einer Leute jetzt ganz schnell noch einen hier ist noch einen Mond her ist da einer höchstens Captain Toad Captain Toad könnte man das wird doch noch knapp ja Captain Toad könnte man ich hätte jetzt genug gehabt hätte ich Captain Toad go das ärgert mich gerade so schiech man ziemlich belastend ich bin auch sehr gespannt wie weit wir heute kommen werden ungefähr anderthalb Stunden haben wir uns halt so als Zeit festgelegt damit wir halt ne Zeit haben macht ja sonst keinen Sinn wenn wir auf dem anderen warten du lagst übel alter ich verstehe kein Wort warum lag das denn heute so internet halt keine Ahnung für den Arsch so ein Mist hier ist halt ein Blackout jetzt gibt es glaube ich ins City hier im Fortnite also dieses Fortnite Event ist ja mein größtes Cringe-Flash ever ja ich weiß auch nicht ne die machen einfach einen Tag offener und dann auf einmal geht die Season los also ja geil ok ich habe jetzt genug hast du es gehört du hast genug wahrscheinlich oder genug genau ja ok City Land in der Tat hier kann sich vieles entscheiden ja hier kann man sehr gut durchkommen das stimmt sooo ich glaube man stürzt ja eh zweimal ab ne ja man stürzt zweimal ab jetzt labert er wieder Zeit ok wie ging das jetzt was soll man hier tun kann man in Capi Dialog irgendwie skippen ne ne weißt du mich gar nicht ahja danke Falke man für das Kompliment so so einfach durchrennen hier die Schäße ja ich weiß gar nicht ob es hier Hunde gibt du musst auch zum Boss Kampf ne ja natürlich sehr gut waui was geht moin was ist jetzt hier ich werde erstmal durchrennen leute ich werde erstmal durchrennen auf mal durchrennen er ist ein bisschen vorne ist er ein bisschen heißt ja noch gar nichts ne ich muss mich so konzentrieren es tut mir so voll leid dass ich nicht auf den Chat eingehen kann aber ich es tut mir wirklich leid man ich bin gerade runter gefallen tja die right Sars House auf jeden Fall Sars ey wir schaffen das knappes Ding ja ich weiß erstmal gar nicht wo ich hin musste willst du mich für blöd verkaufen bist du gestorben? ne fast ah schade jetzt bin ich tot na toll sehr gut beim Boss oder davor schon davor davor moine alle heute im Chat lesen ist nicht so leicht wenn du hier dich einigermaßen anstrengen willst ich fühl mich echt verloren aber ist jetzt schon ziemlich sarsig hä? betrug? was los? gibt's ein Problem? ich weiß nicht, der macht nicht das was ich will, hallo! das klingt das klingt sehr gut das klingt sehr gut ich wollte das nicht das rathaus ist das brutalste was man in Mario kennt man nein hier wirst du abkassiert hier wirst du abkassiert siehst du eigentlich alles von mir oder läge ich auch bei dir? ab und zu lägst du doch schon dann hier ist sie ja so jetzt bin ich ein bisschen weiter sehr gut, ich bin grade im rathaus ja ich auch ja das ey das sind wunderbarser halt echt selten hä ey es ist doch Uah oh sehr schön ich werde verarscht einfach nur noch da rein hab doch einfach nur verarscht ja ich grade auch mal ist unfähig hallo Nils moin pius du führst sehr gut sehr gut oh nein ich habe ja könnte gerne immer in den chat schreiben so alle paar minuten wer gerade geführt finde ich zumindest sehr interessant jetzt nicht jedem ja auf jeden aber auch alle paar minuten kann jetzt durchaus mal sterben alle sekunden alle sekunden muss aktualisiert werden wer gerade führt sie ganz wichtig ach scheiße jetzt weiß ich natürlich nicht wie es weitergeht weil ich mich in dem spiel nicht auskenne sterbe ich hier bin jetzt gerade beim boss kam im ernst weiterer spielerlebnis hält das spiel noch ein multiplayer ist ein online-multiplier das wäre nice die tassen werden gesnacht alter die skilljumps kicken rein ja mann ja der bosskampf ist leicht und den kriegt man was muss ich denn tun was muss ich denn machen bis jetzt beim boss oder so bist du bist du beim burs was bin ich ja auch du beim boss bist ja gleich also ja ok wünschen mir in der ganze chef joe sie und jetzt das ist unsere chance für was ach so aus maul zu geben jetzt wieder weiter ist die human centipede man nein ich spame mir die tasten ey ich spame mir die spasten ey ok sorry also bei mir ist jetzt tot das ist echt nicht so einfach ist er auch nicht ganz leicht ist er doch nicht wo bist du denn jetzt also ich habe ihn besiegt was ja willst du mich für blöd verkaufen nö er ist tot und jetzt wollen wir noch ein paar mode nein 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 bitte nicht sterben 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 stirb 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 bitte nicht komm schon du triff doch die scheiße ich habe doch danke ach schade ach schade ach gott jetzt wisse ich hier aufs zurück ach schalte könnte ich mich aufregen das ist von flashy das war intensiv fief fief was ist denn das für ein mist was ist los ja ich bin jetzt gerade so im auto fahr ich gerade ja und das wird hier gerade gar nichts der lenkt nicht der lenkt einfach nicht ich mach das jetzt so ja so mach ich auch meinen führerschein leute gott das war also wenn du das gesehen hättest ne hättest du ganz trink losgemusst also cityland ist ja das absolut geilstes land geilstes land auf jeden gerade für monde hier kommt sie schnell durch du不要 los du weiß wo die sind ne ich weiß es gerade nicht mehr nee ich laufe einfach rein und durch naja hast du insta ja habe ich ja erstmal die hundertseile springgelEE mache ich was mich hat niemand gefordert dass ich insta habe achso äh alle sind daig Automotive Leute. Bei Uso bestimmt auch. Ja, ich habe vergessen, dich zu verlinken unter meinem Video. Ich hoffe, du killst mich. Alles gut. Wie ging denn das mit dem Auto? Achso, man muss den Menschen übernehmen. Hä? Wie lenkt man das? Achso, das Auto da. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es irgendwie geschafft, ne? Aber frag mich nicht wie, ey. Ja, ich verstehe, stimmt. Das ist eigentlich ziemlich sassig. Er versteht, ich nicht. Das ist wie Führerschein machen. Wie Autofahren eigentlich. Nur ein schlimmer. Alter. Jetzt kommt gerade alles. Kommt da rein. Ich komme nicht rein. Das Problem kennt man aus anderen Lebenslagen. Äh, was? Scheiße. Oh, jetzt ist das aber hier nicht mehr werbefreundlich. Das war es aber komplett. Nach der Logik wäre kein Video von mir. Und? Sind welche werbefreundlich? Ich komme for real nicht hier rein in die Scheiße. Ich schaffe es einfach nicht. Ich hatte auch so harte Probleme gerade. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das ging halt gar nicht klar. Yes, okay. Alter, die Leute schreiben ein Standbild. Ernsthaft. Der liegt sowieso doch an deinem Internet. Papa. Ja, safe. Ich wäre schon sehr enttäuscht von 1-in-1. Alter, Marcel da bist. Äh, was ist denn das? An das erinnere ich mich gar nicht mehr. Hieran erinnere ich mich null. Bist du gerade auch in so einem Untergrundlevel oder so einem anderen Level, dunklen Level, so Regenlevel? RC-Auto-Wettstreit. Nein. Alter, Vivi. Schön, dass du da bist. Ich habe zum Glück noch nie einen Autounfall oder ähnliches. Joa, will man auch nicht haben. Obwohl ich jetzt schon ewig fahre. Ja, eigentlich seit ich 17 eineinhalb bin, also dreieinhalb Jahre schon. Oha. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, du wohnst ja auch in der Großstadt. Hamburg, ja. Ja, ich habe es auf jeden Fall nötig gehabt. Ja, ich, hier wie Sachsen, ne? Ja, ich, hier wie Sachsen, ne? Digger, schlimmstes Dorf. Sachsen ist hier der größten Stadt aus Dörfern, ne? Ja. Fuck, das ist ja für schwer. Ich komme nicht an das Hof. Ich freue mich echt auf Mario Odyssey 3, das wird echt gut. Ja, Odyssey 3 wird richtig gut. Safe, man. Theo hat es schon getestet, er findet es auch geil. Scheiß auf Odyssey 2, ne? Der Dreier wird der Shit. Der Shit. Mario Kart Odyssey. Hallo an Alex, hei an alle. Moin. Moin. Hast du TikTok? Klar. Hab ich tatsächlich. Als ob. Ich folge da Bocklin. Oh Mann. Und Wippels. Warum hat der das eigentlich? Und Wippels. Der hat das wegen seiner, ähm, wegen seinem Stream da damals, sein, ich glaube, Wippels, ist, keine Ahnung, 13 Pfund zu mir, oder so. Ja, der, ey, wie so, keine Ahnung, er macht mir 100 Euro und dann mache ich mir, äh, hier, TikTok-Account oder sowas. What the f- Nein, warum, hä? Warum hat Bocklin? Und Bocklin, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht, was da loskommt. Hä, what the f- Ja, hat's jedenfalls. Alright, alright. Wie viel hast du? Hast du schon eine Reihe voll? Nee, als ob. Du etwa? Noch nicht. Noch nicht. Alright. Nicht, mein Lieber. Aber bald. In der Tat. Meiner Meinung nach sollten wir die Videospiele verbieten, weil sie auf einen Anschlag hinweisen könnten. Genau. Oh, das fand ich lustig vom Seehofer. Der war wieder toll. Nicht witzig. Okay, nach dem Herbst. Immer diese Leute aus Bayern, ey. Immer die ganz kurzen Leute. Das ist ganz schön diskriminierend, Digga. Was du da sagst. Ja, Ansagen müssen sein. Shoutout an alle, die bei uns hier zugucken, statt bei den 100 anderen Leuten, die haben. Heute streamen. Ja, heute streamt halt gefühlt jeder, ne? Also, wenn man mal einmal in die Abo-Bucks guckt. Ich hab keinen gesehen. Nicht? Aber du hast einfach keinen abonniert, okay. Nee. Er hat einfach keinen abonniert, Leute. Er hat nur sich selber abonniert. Genau. Kann man ja gar nicht. Also, selber liken kann man aber selber abonnieren nicht. Ja, belastend. Im Inneren eines Stahlträgers. Ich weiß noch nicht, warum man sich selber unbedingt ein Video liken muss. Als würde jetzt ein Like irgendwie das Leben verändern, Alter. Und wir können natürlich gerne liken, ne? Also, nicht. So ist das nicht gemeint. Ich spielst du Fortnite Chapter 2 auf jeden Fall. Boah, Alter. Dicker. Vielleicht schau ich da echt mal rein. Da war ich denn auf dem Streetkanal, mein Zeiterkanal. Ernsthaft? Ich hab's heute mal kurz gespielt. Boah, Ding. Aber dann auch nicht mehr lang. Da war's auch schnell wieder langweilig. Gut, jeder soll jetzt zocken, was er möchte. Ist mir egal. Danke, Simon, auf jeden Fall. Erste Reihe voll. Sehr gut. Ey, Leute, zeitgleich. Okay. Interessant. Zeitgleich, Mann. Ja, geht das hier die ganze Zeit so weiter, oder was? Wir sind einfach beide gleich gut. Ja. Gleich schlecht. Gleich schlecht. Guck mal, ich mach's positiv, er macht's negativ. Er sagt gleich gut, er sagt gleich schlecht. Ja, das ist nochmal hier deine Lebenseinstellung. Immer alles negativ reden, ja, ja. Ja, na, es ist ja einfach so. Also, ich bin halt nicht... Er ist offen, ja, toll. Ich hab das einmal durchgespielt, so. Also nicht zweimal. Glaube ich. Ja, einmal, ja, mein Spielstand war ja weg. Meine Switch hat sich ja einen Geist aufgegeben letztes Jahr. Das war echt traurig. Äh, was hast du dann gemacht? Ich hab's eingeschickt. Hatte ja noch Garantie, zum Glück. Hä, und was ist da passiert gewesen? Jo, das ist keiner. Der hat einfach nicht mehr aufgeladen. Also, ne? Der hat einfach nicht mehr aufgeladen. Hä? Irgendwann ist die einfach ausgegangen. Ey, das ist ja wie bei meinem Handy gerade. Schon in die ersten denn? Wie bei meinem Handy. Ladebuchs einfach. Im Arsch. Ladebuchs, ich weiß nicht. Mitteln in Mario Kart hat sich die Switch auf einmal aufgehängt. Aufgehangen. Konnte sie nicht mehr normal bedienen. Hab sie dann ausgeschalten. Wollte sie dann wieder anmachen. Und dann ist sie im Ladebildschirm, also siehst du, da kommt ja dieses Switch-Logo und so, ne? Beim ersten Mal anschalten jedes Mal. Und da ist sie einfach stecken geblieben. Dann ging nichts mehr weiter. Dann hab ich gewartet, bis der Akku leer ist. Weil ich dachte, dann geht's vielleicht nochmal richtig aus und dann nochmal richtig an wieder. Aber dann ging gar nichts mehr. Dann war der Akku leer und der Akku war dann leer. Jo, und dann war Ende. WTF. WTF. Das ist strange. Das ist ja auch... Das ist ja auch... Das ist ja nicht. Ich kenn mich halt echt nicht aus, ne? Also, kein Plan, Digga. Ich stell mich auch gerade an wie der erste Mensch wieder. Ich renne einfach irgendwo hin und hoffe, dass es reichen wird. Sehr gut. So spielt eigentlich das Spiel, Leute. Aber ist nicht hier so zum Beispiel dieses New Dong City Festival zwingend notwendig? Nein. Oder ist es optional? Ich glaub nicht. Ich glaub, man kann schon so genug Sterne kriegen. Äh, Monde. Ich sag mal Sterne dauernd. Right, okay. Ganz schlimm. Ja, normal, ne? Also, mir fehlen jetzt nicht mehr so viele. Deswegen glaub ich, es geht auch... Uso stellt einen neuen Rekord in der Uso Speedrun-Kategorie auf. Auf jeden. Wir machen heute Weltrekord. Ja, wahrscheinlich. Das wär's. Ich glaub, die Weltrekorden werden schon längst durch. Ach, schon längst, Digga. Was war das denn? Weiß ich nicht. Oh Gott, bei so einem Dino-Rennen. Ah, okay, alles klar. Warum fehlt der mich fast? Alles klar. Soos, wo fände ich noch lang? Hier geht's weiter. Ich hab mich gerade richtig dumm angestellt. Du schaffst das. Ja, mal gucken, Lukas. Mal gucken. Ist ja normal, ne? Pius hat Sterne gesagt. Ja, wollt ihr jetzt einen Stern-Counter machen oder was? Ich weiß nicht, wann das liebt. Noch 40 Abos und ich hab die 5K. Yay! Ja, wenn du die 10Ks hast und gemült, dann hast du die Storys. Freust du schon auf die Storys, die keiner nutzt? Auf die Storys, Mann! Ich scherz auf die Story. Der einziges Lebensziel ist, aufs Nintendo E3 Post-Event zu gehen. Ah ja. Na gut, ja. Danke, halbwegs göttlich. Vielen Dank. Digga, du warst doch auf Post E3-Event, oder? Post. Ja, warum sagst du immer Post? Das ist keine deutsche Post. Ja, das heißt so. Post-traumatische Belastungsstörung oder Post-traumatische Belastungsstörung. Ja, Post. Post klingt gut. Digga, komm runter. Ja, ich komm runter. Egal. Auf dieses Event, da warst du jedenfalls, oder? Ja, ja. Wie hast du das geschafft? Na, halt eine E-Mail, ne? Danke, Sonic, für dein Abo. Halt eine E-Mail, ne? Du verrätst mir nicht deine Texte, oder? Ne, das ist alles geheilig. Ja. Ich glaube, das erste Mal musst du... Ja, du bist... Wenn du nicht gerade dich... Also, wenn man sich halt nicht... Also, wenn du nicht gerade Domteno bist, dann wirst du jetzt nicht automatisch eingeladen, sagen wir mal so. Ja. Dann schreibst du so, hallo, ich will Animal Crossing spielen und dann so, hallo, guten Tag. Brauchen sie gerne dazu. Ja. 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 So läuft das. Bin ich eingeladen? Hm? Und dann werde ich eingeladen? Dann sagen die dann wieder, ja, kannst kommen, oder nö, du bist doof. Oh mein Gott, die müssen unbedingt sagen, ja, du kannst kommen. Na, dann komm ran. Ihr könnt mich nicht abwenden. Ich werde zu euch gehen, ob ihr seid oder nicht. Du, beim Post-If Re-Event kann theoretisch... halt wirklich... Theoretisch auch Theo dabei sein. Ich hab halt auch Videos... Okay. Ich hab halt auch Videos gesehen, halt, zu Leuten, die halt, ich glaube... Also, ich weiß nicht, das ist bei irgendwelchen News-Accounts oder so. Auf jeden Fall, die haben als erstes Video halt einfach ein Video gebracht zum Post-If Re-Event. Also, joa. Okay, interessant. Nee, auch. Ja, dann frage ich da einfach mal. Geil, Alter, ich hab so Bock, da hinzugehen. Das war echt geil, da. Das wird's tatsächlich. Dann treffen wir uns in real life. Hoffentlich kündig ich ihn auch richtig für Games an nächstes Jahr auf der E3. Vielleicht der Mahokat 9. Lange man Breath of the Wild 2 spielen kann, bin ich happy as fuck. Oder das, genau. Mal gucken, wie ich da nächstes Jahr hinkomme. Bin da diesmal mit dem Zug hin gefahren. In der Schulzeit, oh mein Gott. Echt, du bist in der Schulzeit dahin? Das war Projektwoche und an dem Tag war der Lehrer nicht mal da, also. Alter, was hast du für ein Luck? Da dachte ich mir auch, ey. Habe ich da frei. War Dienstag. Oh fuck. Oh, direkt auf dem Kopf von dem Typen gelandet. Sehr gut. Pius führt immer noch. Sehr gut. Das finde ich gut. Jo, Tobi kann gut sein. Ich kann, ich will nichts versprechen. Hoffentlich Mario mag Lachs 9, in der Tat. Mahokat 9. Hast du eigentlich Mario Kart 8 Jahre, ne? Ja, klar hast du das. Klar hast du das. Klar habe ich das, ja. Ist es bei dir auch so, dass du die Strecken einfach inzwischen ziemlich öde findest, also irgendwie so sehr ausgelutscht? Ja, schon lange. Ja, echt. Das letzte Mario Kart, das neue, das war 2014. So lange hatten wir nie in kein neues Mario Kart. Deswegen macht mir Mario Kart Tour auch so viel Spaß. Obwohl es halt ein Mobile Game ist. Aber du erlebst einfach mal wieder was Neues. Halt für den Arsch. Ich möchte das nicht, das Spiel. So schlimm. Kann schon Spaß machen. Und da war einer so verrückt, ne? Ich habe es halt nicht, also. Einer war so verrückt, der hat mir einfach 100 Euro geratet, damit ich mir Lootboxen kaufe. Das war... Alter, das ist doch... Oh Gott, Ach, das ist doch so eine Geldverschwendung. Wieso? Das war es komplett seitens dieser Stelle. Kilian war es. Grüße an Kilian. Okay, das ist krass, dass es ein Abonnent gemacht hat, aber so würde ich das never auf ein Handy Spiel ausgeben machen. Aber immerhin, immerhin habe ich gute Sachen bekommen. Hallo Felix, immerhin habe ich gute Sachen bekommen. Aber es war das Geld bei weitem nicht wert, Leute. Kann ich keinem empfehlen. Niemals wert, egal wie viel Geld. Niemals wert. Alter, 3 Euro für 50 Röhren würde ich bezahlen, aber da war es das auch wieder. Oh, es fehlt nicht mehr viel, Leute. Oh Mann. Okay, jetzt bin ich in dem Raum. Hm. Ich bin so dumm. Es fehlt nicht mehr viel, dann habe ich ihn gefistet. Genau. Was ist zu Ende? Zumindest mit der Welt. Wie geht das denn? Das ist ja Belastung. Am Anfang gibt es einen Mond. Danke dir, Leon. Ich weiß noch nicht, wo am Anfang, aber ich gucke mal nach. Er hilft uns einfach bei... Hm. Ist jetzt eigentlich die Verbindung besser? Hörst du mich jetzt besser in letzter Zeit, oder? Naja, nicht perfekt, aber war ein bisschen besser. Ist doch schon mal ganz gut. Ja. Danke, Simon. Das freut mich, Bro. Ich mache jetzt gerade Seilspringen, da habe ich mal Bock drauf. Und verkacke erst mal. Ich glaube, man braucht nur 10, ne? Oder wie viel braucht man? Ne, 30 war es, glaube ich. 30, okay. Oh, war das damals ein Nervenzusammenbruch, ne? Wo man da 100 schaffen musste, oder so? Alter, ja, Mann. Das war so ein bisschen. Und selbst mit dem Trick noch, Assi. Oh, ja. Und hat sich Nintendo dabei gedacht? Ist das Gift? 50 sogar, sagt jetzt da, ne? Wir müssen jetzt hier im Mond. Ernsthaft, 50. Hast du den gerührt? Ne. Seilspringen ist zu einfach. Findest du? Ich finde es nicht. Also, ich finde das Volleyball einfacher. Was man später im Küstenland macht. Okay. Wo könnte ich noch hin? Nice. Jetzt war nichts, was ich jeden Tag trinken würde. Weil es da ist einfach ein bisschen zu süß für meinen Geschmack. Aber ab und zu kann man auf jeden Fall machen. Trinkt tatsächlich auch nicht jeden Tag. Auch wenn man das denken mag. Oh mein Gott. Er macht das nicht jeden Tag. Leute, er macht heute hier die Aussagen. Ich bin echt voll fake, YouTuber, Alter. Ich verarsche euch alle nur. Hm, er benutzt euch nur für das Vordergrund. Ich will dir ja auch sparen. Ich meine, das ist ja auch teuer. Okay. Hm. Komm ich jetzt noch an den Mond dran? Das gibt's ja wohl nicht. Ich fahrs denn jetzt. Einer, bro. Einer fehlt noch? Okay. Ja, Mann. Was denkst du, wo ich bin? Was denkst du, wo ich bin? Versteh dich nicht. Was denkst du, wo ich bin? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt in der nächsten Welt. Ich bin jetzt in der nächsten Welt. Ich bin jetzt in der nächsten Welt. In der Tat. Willst du mich für blöd verkaufen? Nö, war noch nicht. Das war's jetzt komplett. Jetzt ist dein Vorsprung drin, Alter. Ich weiß nicht mehr, wo der letzte Mond ist. Am Anfang ist einer. Hast du den schon? Bei der Odyssees? Ja, ja, hab ich. Nein, da hast du Pech gehabt. Ach, scheiße. Wo ich hin soll. Er schafft das schon, Leute. Ich glaub an ihn. Er schafft das. Zumindest die Welt. Fuck. Der Mond. Nein. Sehr schön. Ich weiß es einfach nicht. Kleine Insel ist ein Botschlag. in ein Botschlag. Captain Pius, in der Tat. FML? Ich weiß es einfach nicht. Kannst du ja höchstens mit einem Salstring machen. Vielleicht kriegst du das ja gebacken. Boah, nein. Das war ein Tipp von mir. Tief nicht. Ich bin erstmal gestorben. Komm in die Gruppe. Dann kommst du fünf Welten weiter. Ja, Mann. Okay. Einfach für 92 die Welten skippen. Das wäre doch mal ein guter DLC hier. Alter, stimmt. Man kann ja in den Shops welche kaufen. Ich voll blöd Idiot. LOL. Hab ich auch gar nicht gemacht. Ich helfe ihm schon wieder, Leute. Das geht auch nicht. Wieso hilfst du mir? Ich hab dir gerade einen Tipp gegeben. Habe ich akustisch nicht verstanden, wahrscheinlich. Achso, ah ja. Ah ja. Tidididid. Brrrr. Oh. Profi. Ich hab noch nie Rücksatzpunkte benutzt. Ich auch nicht. Ich glaub auch nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Also teleportieren meine ich. Ich stell mich gerade an wie der erste Mensch wieder. Ich stell mich an wie der erste Switch-Besitzer. Das war bei Nintendo selber. Ah ja. Ja, die erste Kontrolle hatten die natürlich sehr. Natürlich ja. Es kann nicht wahr sein. Die Qual der Lahl. Was ist denn weniger Aids? Ich muss eh beides machen, wahrscheinlich. Ja. Fuck. Der ist gleich da, der Typ. Du hast doch nix geschissen bekommen hier, Mario. Nix. Wo bist du hingereist? Volarland. Ah cool. Ich bin Küstenland. Ah, sehr schön. Dann wissen wir nicht, wer weiter ist. Kein Bock mehr. Ich hab mich auf hier. Okay. Ich skipp den Mond. Ich skipp das One-on-One. Ich hab gewonnen. Ey, gib auf. Nein. Nein, auf keins. Das alles nur auf RTL 420. Zehnmal Werbung pro Minute. Junge, bei diesem Senderhottestag kann es ja echt nichts mehr geben, ne? Alle fünf Minuten gefützt kommt der erstmal so ein zehn Minuten Werbeblock. Ist ganz anstrengend. Ja, Digga, wer guckt den Fernsehen? Also mal ohne Witz. Er guckt meine Eltern, ne? Ja, okay, also. Ja, okay. No front an der Stelle. Die Generation 30, 40, würde ich mal sagen. Hier ist auch ganz gut kein. Bei 30 wird schon kritisch. Trinkst der? Na gut, dann sagen wir 40. Ab 40. Jo. Geh und blast die Treppe. Ja, ich blast jetzt die Treppe. Okay, der erste Mond ist drin. Oh, erster, erster. Da ist doch der Gamecube Lite. 20. Gamecube Lite. Beste Konsole. Die Zeit hat er damals nicht gerne erlebt, irgendwie. Ist schon ganz geil gewesen. Bis zur Zeit, wo der Gamecube rauskam, geboren, alter. Wann kam der nochmal raus? 1001, glaube ich. Ja, ja gut, kommt genau drauf an, wann genau. Also, Monat. Whatever. Whatever, weiß ich nicht. Je nachdem, wann da rauskam, hab ich vielleicht doch erlebt. Den Release. Sind wir noch weniger. Firebro ist hier. Ey, echt jetzt? Was geht, digga? Nice, dass du da bist. Nein. Stimmt. Äh, lol. Der war noch nie bei irgendeinem Stream und irgendwas dabei, glaube ich. Hier ist bei irgendeinem Boss. Okay, wir kriegen das nicht. Alter, ich finde diese Seeschlangen im Küstenland so beeindruckend. Die sehen so überhaupt nicht Mario-mäßig aus. Ich mag den Boss aber gar nicht vom Küstenland. Ich finde, sie sind einen. Ja, ich auch nicht. Ich bin gespannt, wer die erste, wer zuerst die Welt schafft. Wer zuerst was? Wer zuerst die Welt schafft, wo er gerade ist. Ja, Frostland geht schneller, glaube ich. Meinst er? Safe schneller. Er hat auch weniger Monde auch. Aber weiß grad nicht. Ich stelle mich aktuell schlecht an. Immerhin ist er tot. Ich weiß halt einfach nichts mehr von dem Spielen. Und das zerstört mich komplett. Ich weiß auch nicht mehr so viel. Aber die Welten kennt man natürlich, ne? Na ja. Na ja, okay. Also du weißt ja, wo alle Welten, oder? Also dass es sie gibt. Ich hab die Knowledge, ja. Ich komm einigermaßen voran, und du? Ich komm einigermaßen voran, und du? Na ja, schleppend. Schleppend. Ich hab drei Monde. Ich hab auch drei. Okay, alright, alright. Alright. Ich hab auch erst zwei. Oh. Geh woanders hin. Okay. Sei gegrüßt, Reisender. Warum lese ich das vor? Oh, ich hab nicht... ...antworten. Sei gegrüßt, Reisender. Wie heißt dieses Land? Blubberstrand. Hä? Gar nichts davon, oder? Hä? Doch, irgendwas muss es schon sein. Nein? Das heißt doch Küstenland. Willst du mich hier verblöd verkaufen? Was sind denn die Antworten? Wie lautet der Name dieses Landes? Was sind denn die Antworten? Island Toxic. Seeligant. Blubberstrand. Fossilfälle. Fossilfälle, ganz safe. Blubberstrand war richtig. Wo? Nö. Irgendwo fehlt mir jetzt... Pfff. Irgendwo fehlt mir jetzt ne Gehirnzelle. Ja, die auch. Die fehlt mir auch. Und zwar alles, was mit Mahaio Odyssey zu tun hat. Ja, Mann. Brauchst du keine, das. Komm, in die Gruppe. Wir können es schaffen. Schaffen. Wir können es schaffen. Irgendeiner schafft es auf jeden Fall. Das denke ich doch auch. Am Ende gehen wir fast beide auf. Wir schaffen es nicht. Aber der Bowser-Kampf ist ja leicht. Der Bowser-Kampf ist leicht? Ja. Den, den kriegt man. Den, den kriegt man. Das ist sozusagen der, wie der Erste einfach. Achso. Wie der Erste. Warte mal, hä? Warte mal. Bist du bei einem Bowser-Fight? Oder verstehst du das nicht richtig? Ja, ich bin jetzt bei einem Bowser-Fight. Ich bin gleich durch. Warte mal. Achso. Na dann ist ja alles in Ordnung. Jo. Und du bist auch gleich bei Bowser? Ja, easy. Kein Ding. Jo. Ich bin auch schon wieder hier in fünf... Eine Stunde schon fast. Hallo, Junge. Geht ja immer schnell hier. Nein. Nein. Ich sterbe. Okay. Alles ist im dichten Nebel gehüllt. Ja. Fuck. Und im engen Tal. Im engen Tal. Hm. Okay. Ich hab grad ein Selbstmord gemacht. Ich bin tot. Okay. Hm. Komm ran. Also mit Sternen läuft's jetzt ein bisschen besser. Stern. Monden. Die Monde. Ich muss immer Stern sagen, ey. rein aus Emotionen. Na ja. Selbst... Selbst wenn ich hier verliere, dann weiß ich jetzt, wie ich aufs Post-Nintendo-Event komme. Deswegen hab ich alles richtig gemacht. Können Sie mir einfach so fragen können. Und hier auch jemand anders die Fracht gehabt. Weil ich bin ja auch kein Hater hier. Ja, eigentlich ist Ansgar immer der Guru für alles. Der Kick für alles. Aber der hat gesagt, man braucht da irgendwie so ein Formelade-Ding. Ach, keine Ahnung. Du musst hinterher eine NDA unterschreiben. Das ist richtig. Was ist denn das? Da steht genau drin, was du zeigen, sagen und veröffentlichen darfst. Du spielst da ja Spiele. Ach so, okay. Und das Spiel darfst du halt nur, keine Ahnung, die Demos gehen 15 Minuten oder so. Beispiel. Pokémon. Und du darfst halt nur 3 Minuten her schlagen. Ach so. Das ist eine NDA. Ah, okay. Und ich bin dumm. Ach so, ja. Ach so. Bei Pokémon zum Beispiel. Und du musst es abfilmen bei Pokémon. Also keiner darfst denn eine Capture-Karte benutzen. Warum auch immer. Ne, vor allem. Dass sie gerade nicht gezeigt wird. Ich würde doch nicht hingehen. Ich würde doch nicht hingehen, um was für meinen Kanal zu machen. Das juckt doch eh keinen. So, ich würde einfach, weil ich das zocken will. Weißt du? Du bist der ganze ist hier. Ich habe so einen Vlog damals gemacht. Und da habe ich so ein bisschen Gameplay mal ab und zu ein paar Sekunden reingeschnitten. Ja, aber vor allem. Das würde doch eh nicht auf meinen Kanal passen. Das Gameplay muss eh nicht sein, weil das ist einfach genau dieselben Demos wie bei der E3. Und es gibt ja diese ganzen englischen YouTuber, diese ganzen E3 Gameplays selber hochladen. Das sind eh immer die selben Demos. Ist ja klar. Ist ja ein Monat später. Ne, zwei Wochen später. Und ja. Okay. Und zwar ist Bescheid, da sehen wir uns ja nächstes Jahr, ne? BIT! HOOOOOOH! Gibt es ein Problem? Ich kicke... Ich sterbe dumm und sinnlos und verschwende meine Zeit. Ah, sehr schön. Ich habe die Moves vergessen, wie die gehen, Alter. Ihr Klebermäuse. Du dahergelaufener Lumpenkönig, Alter. Oh, dieser Name. Komm jetzt. Ma'am. Ich mache gleich dieses Rennen. Sollte Dinge zu nehmen. Ja, jetzt geht's auf einmal. Hast du eigentlich jemals Münzen gesammelt oder dir irgendwas gekauft? Ich habe die roten Münzen gesammelt. Wie es hier nicht mal gibt. Es gibt keine roten Münzen. Die grauen voll. Ich weiß. Warum eigentlich? Die roten Münzen. Ah, das war so eine legendäre Szene. Fand ich geil. Ja, finde ich witzig. Ja. Hier ist der Stern gesagt. Alles war dicht im Nebel. Ja, ja. Da war ein Scheiß drauf. So, ich bin jetzt in Mario Kart 9, Leute. Alright. Ah, das Rennen. Ja, das ist Mario Kart 9. Das ist ja weiter beim Spielerlebnis. Das erste Rennen war ja, glaube ich, nicht so schwer. Das erste Rennen ist easy. Das ist ja ein Profi wie mich. Das ist gar kein Problem hier. Warum drei Runden? So, ich mache jetzt einfach die Noob-Taktik. Ganz einfache Sachen. Ganz einfache Sachen. Boah, Mario Kart 9 ist einfach sehr entspannt. Ähm. Wo könnte es noch hier Mone geben? Mario Kart 9 Deluxe. Ich kann nicht zählen, aber mir fehlen noch zwei. Scheiße, Leute. Was macht der denn? Also, ich stelle mich ja auch an wie der erste Mensch. Oder? Wie soll es das hier? Gott sei Dank ist das erste leicht. Moin Pius, wie geht's? Wie geht's? Ah ja. Ich gehe mit meinen Füßen. Und was habe ich verpasst? Joa, ein paar Wälder. Eins, zwei, drei, vier. Profi. In der Tat. Wie redet der? Ganz komisch. Mann! Oh, ich habe genug. Ich habe genug für die nächste Welt. Sehr gut. Alter, nein. Ernsthaft? Eins, zwei, drei, vier. Oben, links, rechts, unten. Okay, Leute. Jetzt muss ich ganz schnell in die nächste Welt. Wer führt? Das kann man jetzt aktuell schlecht sagen. Das können wir entscheiden. Doch, doch, du. Ich? Meinst du? Ja, ja, doch. Ziemlich safe eigentlich. Ich kann den Chat nicht lesen, Leute. Sorry, ich muss mich wirklich konzentrieren diesmal. Ich bin nicht siegessicher. Fühl ich mich nicht. Was ist denn los im Chat? Benehmt euch mal. Ich kann leider nicht gucken. Er muss sich, Leute, er muss sich anstrengen. Ich bräuchte noch einen, come on. Einen? Okay. Sehr schön. Äh. Und wo nur? Hallo, Hanik Games. Oder was meintest du gerade? Jetzt kann ich ein bisschen gucken, wenn die Odyssees fliegen tut. Ich habe noch ein schönes Stück. Nein. Ich mache hier dumme Scheiße. Ich habe einfach keinen Klau. Ich habe auch so viel Mist gemacht. Im engen Tal bist du jetzt? Sehr gut. Nein, also im engen Tal. Das ist ein Gibstals-Mode in der Welt. Wird ja sein können, dass du gerade im engen Tal bist. Ja, den Gibstorf im Seesland. Ja, hier doch auch. Ach, naja, das war Seesland. Stimmt. Schade. Überall gibt es ein enges Tal. Weißt du doch. Das enge Tal gibt es überall. Hast du eigentlich als... Hast du als Toad-Offs ein Best-Off zu Mario Odyssey's gemacht? Ja. Von Domi-Horn. Ah, siehst. Dann hast du ja den Vorteil, weil du mehr Mario Odyssey-Content kennst. Lul. Ja, ich habe das vor allem... Ja, klar. Ich habe gar nichts Glätsdamerals geguckt. Nicht nur von der... Hast du gar nichts geguckt, oder was? Lebst du kommen oder auf den Mond? Nö. Ich wollte es ja selber zocken. Wollte mich nicht beunern lassen. Ach so, du... Wie geht denn das? Das? Was sind das denn für eine Scheiße? Junge. Wo ist der scheiß Mond? Da. Ich habe sogar Mond gesagt, der soll jetzt auf mich. Alter, ohne Witz, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht wie lange nicht mehr. Ich glaube, ich gucke mir mal einen Tag dein Gameplay immer an hinterher. Ja, aus der Zeit. Ach so, ja. Hinterher, okay. Ja, ja, nicht jetzt. Oh, und hier wäre die ganze Zeit eine Röhre gewesen. Ich nicht gezühle. Okay, das ist leicht. So. Das ist doch lächerlich. Ich bin so schlecht. Du, 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 du. Bist du jetzt immer noch hier im größten Land, ja, ne? Ich bin im engen Tal. Ja, ich bin immer noch im engen Tal. Im engen Tal. Das müsste, das muss eine Welt in Mario Odyssey 2 werden. Das engen Tal. Das wäre eine tolle Welt. Danke. Oh, ich bin jetzt unter Wasser im engen Tal. Oh nein, du bist, du bist schon im Küste. Oh, fuck. Ja klar, im Unterwassertummel zum Leuchtturm. Fuck. Jetzt kann ich mal einen Schluck trinken. Danke. Prost. Bist du jetzt durch mit dem Spaß? Stilles Wasser. Bist du jetzt durch? Wieder weg? Ja. Okay. Volvik, natürliches Mineralwasser. Hi, ich arbeite ständig an meinen Recyclinganteil. Und natürlich bin ich wiederverwendbar. Kein Bock. Let's rock. Hashtag du machst das. Du mögst, warum guckst du mit am Tag? Steht hier auf der Flasche, Mann. Ich wollte gerade sagen, der macht das alles auswendig hier. Wird schon weinen gehen. Uso, du bist weiter als Pius. Nein, bin ich nicht. War mal hier keine Fake News. Fake News, ja, ich bin schon bei Bowser jetzt. Achso. Sehr gut. Alter, Leute. Leute. Lasst Pius übel verarschen und die ganze Zeit. So sagen, dass ich gerade null Monde habe und dann schon beim Boss sein. Hahahaha, du bist so lustig. Bomb Prank. Bomb Prank vor allem, Juhu. Der Bomb Prank. Ja, hat er auch Niko, hat er. Was habe ich? Du hast zuerst Polarland gemacht. Ja, habe ich. Das wäre es ja jetzt, ey. Er geht in die zweite Welt als der ersten und ich habe meine drei Wohnte. Das wäre es ja noch, ey. Okay, wie ging denn das? Was musst du mal hier tun? Ach, du bist auf dem Mond. Ah, sehr schön. Ja, man. Porsche. Porsche Terminal. Der steht da am Wald auf dich, ne? Da saß du geparkt. Hallo, Michi. Michi, schöner Name auf jeden Fall. Servus. Servus. Hm. Oh, wo kann ich jetzt hin? Ganz gut zoomen. Oder hier, ähm. Doof. Komm in die Gruppe. Was hast du zu verlieren? Gell? Eventuell. Und Speicherplatz. Je nachdem wie voll die Gruppe ist und spammt. Alright. Das muss ich jetzt mal sauber machen. Okay, im engen Tal. Let's go. Okay. Wie kann eigentlich Lava auf Wasser sein? Lava? Was? Wie Lava auf Wasser sein kann. Das ist kein Plan. Das wird doch dann zu Stein oder Obsidian. Ja, aber hier im Küstland ist einfach Wasser unter der Lava. Einfach so. Toll, ne? Saß ich. Hm. Ah, ich komme einigermaßen voran. Ich einigermaßen nicht. Gut. Das finde ich optimal. Okay. Ich habe wieder keine Ahnung, wo die Monde sind. Ja, same. Immer. Wieder ein bisschen befordert. Also, man rutscht doch nicht. Zu. Krass. Du. Keck. Er ist im rutschigen Tal, der Mario. Hätt's auch so gefallen, wenn man Toad spielen könnte. Ist ja mega geil. So ein bisschen Toad spielen. Ja, einfach nur. Das wäre doch blöd. Also, hä? Hallo, warum? Wieso sollte man das tun? Wie? Oh, das ist doch toll. Alter. Damals, als schon Donkey Kong und Luigi und Peach als Charaktere bestätigt wurden, wie Theo es behauptet hat. Ah, die Sache. Ah, die Sache. Sehr gut. Die dann so kurz vor Release so einen richtigen Podcast gemacht haben. Mit, ja, und wie stellst du dir den Kämpfer vor? Äh, den spielbaren Charakter? Kämpfer, natürlich. Ach, keine Ahnung. Kämpfen alle? Das war schon sassig. Oh, ja. Ah, wo ist das alles? Dritter Mond. Vielleicht kann ich nicht wahr sein. Brrrr. Ripp an alle Kopfhörer-Nutzer, wenn Uso pfeift. Ach, so schlimm bin ich das gar nicht. Ich hab ja selber Kopfhörer auf. Ich find einfach nix. Kein Stern. Und auch kein Mond. Nix. Wie viele Galaxien, äh, Universen, äh, Königreiche, äh, Welten, äh, Level kommen eigentlich nur? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich grad selber nicht. Also, na gut, wir können ja mal ein bisschen Math... Vor dem... Ja, kommt vor dem... Wir können ja noch ein bisschen mathematisch vorangehen. Und zwar, ähm, kommt noch einmal diese Ruinenwelt. Diese ganz kurze, wo du wieder abstürzen tust. Joa. Ja. Und dann? Also, ich erinnere mich an Schlemmerland und Mond. Ah, Schlemmerland, ja. Das ist natürlich das Bowserland. Das Mondland. Bowserland, das hab ich noch vergessen, ja. Das kommt auch noch. Das kommt vor Mondland, ne? Schicht. Ja, klar. Und dann ist Finale. Stimmt. Also ein paar Sachen kommen auf jeden Fall noch. Wie lange wollten wir machen? Ich glaub, das ist, äh, anderthalb Stunden, ne? Oder? Machen, ja. Ich glaub, drei... Ich glaub, das werden die drei Skims. Also, heute wäre das nichts mehr, Leute. Aber haben wir gut gemacht. Drei Skims passt von der... Vom Skill-Level... Vom Skill-Level... Ja... Ja... Ich glaub, das lag mir nicht so. Ja, warte, hä? Das ist doch YouTuber, nicht die Schule, Retail. Ja. Hör mal so'n ganz großer Junge an. Hallo, ich bin 13, ich steh dir jetzt die Mathe-Aufgabe. Dann warst du zum Beispiel. Okay. Ja. Ich hab ein Mondstück vergessen. Oh, ich werd hier grade betrogen. Fuck. Das kenn ich. Haaaaa! Ja. Boah, das ist als ob das hier ganz unten... Under... Oh, scheiße. Ach, da bist du gerade. Mach lieber Fortnite-Streams, damit kriegst du mehr Money. Du hast recht. Ich hab Fortnite gestreamt. Das sollte ich tun. Äh, nicht gestreamt. Ich hab Fortnite gespielt, da habt ihr noch in die Windeln gemacht. Ich hab's dir damals am ersten Tag runtergeladen, da kanntest du noch keine Sau, ey. Okay. Ja. Das ist noch damals 98, als ich die erste Version gespielt hab. 1998, schöne Zeiten, ne? Fortnite OG wird sich freuen, das stimmt. Hallo, Mario. Ja, es gibt ein Community-Mitglied. Das heißt Fortnite OG. Okay, der Typ ist verruhigend. Deutschland kommt noch. Stimmt, ganz vergessen. Deutschland. Deutschland, ja? Das war, das war ne harte Welt. Fuck, aber das war ebelst assi. Ja. Das war ebelst assi. Vor allem Bayern, Alter. Aber viel Geld liegt darum, hab ich gehört. Okay, ah nein. Jetzt darf ich gegen den Boss kämpfen in der Welt. Ich find's witzig, wie wir irgendwie alle Story-relevanten Sachen überspringen. Und ich bin tot. Und ich mach den jetzt mal. Hast du den nicht gemacht, den Boss? Nö. Also sowohl in der letzten Welt, also sowohl im Küstenland als jetzt auch, ähm, sowohl im Polarland. Einfach jetzt im Küstenland, mach ich schon den Boss. Weil der bringt halt drei Monde, glaub ich, ne? Also lohnt sich halt. Loll, stimmt ja. Stimmt ja, das hab ich ganz vergessen. Lohnt sich halt schon. Vor allem, die Story, ich wüsste sonst gar nicht, was ich machen sollte, die Story. Aber komplett Demenz. Das Problem hatte ich ja, Mann. Das Problem hatte ich ja. In den ersten Welten hab ich zwar auch nicht die Boss gemacht, aber jetzt in den Hüttern mach ich die doch mal. Ich komm einfach nicht an den ran. Hm. Was ist denn da los? Hä? Was ist denn da los? Boos. Wird die gerade so verarscht? Mein Gott. Oh no. Hier ist es der Sterbe, ne? Dann drunter rein, ne? Dann sterbe ich, Tier. Ja, aber beim Bosskampf ist das gelassen. Aber ich hab ihn zurück. Ne, der hat auch Leben. Das ist da drin. Hä? Okay. Ah ja. Und wie läuft's im Polarland? Ganz easy. Kein Ding für ein Schwing. Sehr gut. Also wenn wir anderthalb Stunden machen, dann haben wir jetzt noch 15 Minuten, weiß Bescheid, zeitlich. Um hier noch irgendwas hinzukriegen. Ja. Ist ja normal, ne? Ja. Und dann mal gucken, wer am Ende einen Vorsprung hat. Ende. Na ja. Ich glaub, du wirst... Was ist das? Was hast du gesagt? Wo wir den Vorsprung haben. Nein! Ich sterb gleich, ne? Beim Boss. Da war's das Komplett. Oh nein. Oh nein. Als ob das jetzt... Der Komplett vergessen, Alter. Die Zuckerscheiße gehört uns, Mann. Nein. Was ist los? Oh, ich trottel! Nein! Die kacken gerade beide rein, oder? Stirb doch! M. Ich kann nicht da sein. Ist das nicht dein Ernst? Das meint ja doch nicht Ernte. Nee, es kann nicht sein. Oh. Endlich ist er tot. Da platzt ein Schlager, sag ich dir. Man muss sie nicht... Die Boss ist mit da, aber die bringen... Oh, bitte! Was los? Was ist da? Gestorben. Guck mal, hier ist gerade so eine schöne Stimmung über dir. Ist anscheinend ziemliche Belastung. Ja, weil... Das... Jetzt muss ich alles nochmal neu machen und... Ich hasse alles! Oh. Ich hasse alles! Ich hasse alles! Ich hasse alles! Ich hasse alles! Ich weinen! Alles ist gut! Alles ist gut! Alles ist gut! Du kriegst nicht ein Lolli oder überraschendes Ei! Das kann man sich nicht angucken! Das kann man sich nicht angucken! Kann man denn irgendjemand best of machen von dem ganzen Kack hier? Dankeschön! Alter! Sehr schön! Soll ich dir was schönes sagen? Ich bin durch mit meiner Küstenwelt! Und ich sag dir was, ich bin viermal hintereinander gestorben, mir fehlen noch vier Monde und du bist eindeutig weiter jetzt. Jetzt bin ich eindeutig weiter, jetzt kann man es offiziell sagen, ja. Wo bist du denn jetzt? Ich wasen nicht, wie schlecht ich bin. Wo stirbst du gerade? Hasentypi. Was für ein Typ? Ach, beim Hasen, achso. Ja, der kann schon ganz fies sein. Alter, das gibt es ja wohl nicht. Jetzt geht es ins Schlemmerland. Oh Gott. 13 Minuten habe ich noch, um das Schlemmerland zu spielen. Werden wir das schaffen? Glaube nicht. Alter, das gibt es doch nicht, Mann. Was ist das bitte für ein Scheißkampf? So schwer ist der jetzt auch wieder nicht. Nur mehrfähig. Abstand halten. Klar, aber das herz der Gamecubes, dann schaffst du es. Du musst Abstand halten und dann angreifen und dann rein in die Olga. Ah, ja. Ah, ja. So macht man das. Schieß. Gibt es nicht, ich werde jetzt wieder sterben. Ich werde wieder sterben, ich sag dir. Kriegst du ja jedes Mal drei Leben. Das gibt es nicht. Streng die mal an, hier. Für den Gamecube bei dir. Ach, für den Gamecube. Na dann, okay. Du musst dich anstrengen. Gib alles. Für den Gamecube mache ich das. Gib die Power für den Gamecube. Yo, Ouija-Pie. Komm schon, ein Leben habe ich noch. Das muss jetzt klappen. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Lass den. Ja, bitte, bitte. Okay, 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 okay. Wir schaffen das. Das ist das Polala Lowfire. Ich habe es geschafft, ja. Man bekommt nur einen Mond, natürlich, warum auch drei? Kryptor, er war Ehrentoad, jetzt hat er kein Geld mehr. Mein Beileid. Kein Paperguthaben mehr. Belastend. Trotzdem danke, dass du es warst. Ehrentoad, einfach für 10 Euro, deine dir. Mehr als 10 Euro sollten, ja, was ist denn das? Wie soll ich denn jetzt noch drei Monate herbekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Und du bist aber schon im Schlemmerland, Mann. Ja, ich habe jetzt hier gerade sehr viel Spaß im Schlemmerland. Alter, fuck. Ich weiß zwar gerade auch wieder nichts, wo ich hin soll, aber sonst geht es mir ganz gut. So knapp war, jetzt kommt so eine Scheiße. Ich habe jetzt eh ein bisschen Vorsprung, wird schon. Links Awakening Remake finde ich geil. Habe ich schon oft beantwortet, aber ich habe es da doch noch nicht durchgezockt. Ich habe es auch noch nicht geschafft. Wegen Dragon Quest. Ich habe jetzt auch noch Joker Lady gekauft. Dragon Quest kam dazwischen. Ich will jetzt zwei Spiele zum Durchspielen, Links Awakening und einmal Joker noch. Beide sehr tolle Spiele. Kann man empfehlen. Das Yokai Lely und das Versteckte Irgendwat. Und die Impossible Lair. Genau. Hast du schon auf Englisch gesagt, na? Ich muss mich auch mal zocken, Mann. Ja, ist echt schwer. Es ist schwer. Also reiht sich auf jeden Fall mit Donkey Kong in eine Liga. Und naja, ich weiß ja, wie du dich bei Donkey Kong anstellst. Ich hatte ja gerade das Hard Mode, Mann. Ja, gerade auch noch Hard Mode. Das normale Spiel ist schon nicht leicht. Oh nein. Du schaffst das, danke. Das motiviert mich. Bankenaufsicht. Toller Name. Dom Tendo vor dem Schlemmerland. 53 Kilo Dom Tendo nach dem Schlemmerland. 100 Kilo. Ja. Ich würde hier auch einiges essen. Sieht schon sehr lecker aus. Uso, Leon schreibt, Uso soll einfach aufgeben. Ich habe mir das Skill. Er hat keine Hoffnung. Doch. Er kommt ran. Ich denke mal schon. Also gerade in hinteren Welten stellt mich auch wieder scheiße an. Je weiter wir kommen, desto weniger Monde kenne ich überhaupt noch. Also jetzt gerade in der ersten Welt, bis zum Wüstenland, kann die noch einige. Aber dann ist auch Ende. Alles ist noch drin. Also nur 22 Zuschauer, so wenig hatte ich noch nie. Das wie man auch in 1000 Euro. Und ist auch schon wieder Hype. Nein, ich freue mich über jeden, der da ist. Auf jeden Fall ehrenhaft. Geben wir den jetzt hin? Au, in 2. Quasi ist trotzdem nicht wenig. Oh fuck, ich hoffe, ich gewinne das noch. Scheiße. Am Ende auf die Millisekunde Gleichstand. Nein, das kann ich. Also auf die, das ist nicht möglich, denke ich mal. Wahrscheinlich, Alter. Auf die Millisekunde vor allem, ne? Wir haben auch vorhin hier so einen Counter, ne? So einen Zeit-Counter. Oh Gott. Ach Gott sei Dank, es gibt einen Multimond. Ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Gott sei Dank. Ich dachte, es gibt jetzt nur einen, Alter. Okay, Lego, 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 Lego. Ich hole auf. Hast du jetzt alle? Oder weißt du noch was? Ja, im Prinzip habe ich jetzt alle, glaube ich. Sehr gut. Holy shit. Los, 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 man. Beeil dich. Danke. Das Gute ist, ich habe schon einen im Schlammerland, einen Mond. Sehr gut. Durch Cheaten. Ich bin ja noch nicht da, aber ich habe schon einen. Oh, Cheater. Durch so einen Teleporter-Dinge. Ah, sowas hast du genutzt, okay. Ich habe keinen gefunden, bis der Weed. Zufällig. Ah ja. Zufällig, ganz zufällig. Gut, im Schlammerland schon mal drei Monate. Und jetzt noch sieben Minuten, um halt ein bisschen was im Schlammerland noch zu reißen. Okay, ich kann, wir können, es ist alles noch drin, Team Gamecube, Alter. Alles noch drin, ja. Wir können es schaffen. Wir schaffen das. Doch nicht. Hallo, irgendwer. Manchmal gibt es auch mal ein bisschen Skill. Manchmal. Kommt nicht so oft vor, aber ist es möglich. Ich habe einfach 1000 Münzen und du. 1000 was? Münzen. Achso. Und du? Erstmal einkaufen. Weiß ich nicht. So, guten Tag. Moin. Okay. Das Schlammerland ist schon schwer, würde ich mal behaupten. Na? Wäre er. Bisschen. Bisschen. Also, welche zu finden, ist schon schwer. Okay. Als ob ihr jetzt in den Kampf kommt. Ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich bin auch so, ähm, so. Okay, ich weiß gar nichts mehr. Ich kaufe noch Kramotten ein. Man muss sich auch noch was gönnen. Und jetzt geht's weiter. Und nicht. Bist du, es gab einen Bosskampf, da bei dem Spucker. Ja. Spuckt der dich, da bist du echt kaum weiter. Den finde ich ja, den finde ich ja viel einfacher als den Typen davor. Den hast du echt wieder gut eingeholt, ne? Mal ganz ehrlich. Kaum auseinander. Aber ich schaff den jetzt auch. Ich bin auch nicht viel weiter. Läuft. Fuck, 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 fuck. Yes. Er hat's geschafft. Okay, schade. Okay, ich hol' wohl auf anscheinend. Ja, also, ich war ehrlich. Nice. Nice, nice, nice. Was ist das? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das beruhigt mich doch. Ansicht, Ansichtssache. Alles ist... Alles ist im Lot. Alles ist... er holt leider aus wir schaffen es mit dem dritten stream ist zu beenden außer land und rache und schlimmerland das haben wir heute alles geschafft wir waren heute waren wir heute bei den wolken als wir haben eigentlich nur zwei welten geschafft die landboss und dann waren wir im forstland sondern im küsten im polarland danke kuroman freut mich dass sie gefällt es führt immer noch vier minuten leon hat analysiert wie lange ich führe vier welten heute vier welten vier als dieses land zählt nicht dieses land war mir schon fertig das ist er ich bin da noch losgeflogen wir sind gleich durch ja ich glaube ich noch was für minuten ich gucke mal ob ich noch irgendwo mond finde ganz geil wie auch immer das jetzt funktioniert hat verlorenes land city land strand und schnee wir sind so doof einfach zwei welten vergessen verlorenes land ja stimmt und auch noch das city land ich habe mich gerade so scheiße gefühlt weil ich mir dachte wir haben ja gar nichts geschafft hä das ist ja das habe ich voll vergessen also gefühlt wie kann das denn sein dass du es einfach vergessen hast man gefühlt ging es dann die ganze um das polarland und um die küste ja mann weil das war voll dass der fight die ganze zeit darauf habe ich mich verspürt ja kann man machen so zwei minuten ich gucke auf die uhr und dann sage ich dir was schlimm ist sooo yo easy mhm ja fünfter mond gehört mir sehr gut fünf schon ach der scheiße alles gute christian man happy birthday viel spaß mit links über gehen und ich könnte mal so ein dreier mond was wo denn oh man vogel du vogel alter fach oh van van vogel pews darf ich dich essen nein keine pilze essen nicht gut leute ich bin schon ganz gut heute durchgekommen würde ich sagen die schon ganz okay es ist immer noch mega spannend und ja jetzt mal ehrlich so ein spannenden wonder also so ein enges battle sieht man selten also da habe ich guter skillpartner skilltechnisch sind wir halt echt sehr ähnlich würde ich mal behaupten beide zu unfähig für alles wie man auch gerade wieder bei mir sieht irgendwas drin also wir sind jetzt bei 1 30 ja noch ja jetzt im grund jetzt ist im grunde ende ich halte jetzt hier an ok so wie viele monde hast du jetzt schon in der welt also wie viel fehlen denn noch ich habe fünf monde ich weiß nicht wie viel mir fehlen ok wie fehlen dir dann gehe ich jetzt raus ich weiß es nicht ich bin jetzt raus hast du gespeichert ja gut also wir fehlen jetzt auch 6 monde leute oh man 6 monde und dann geht es ins Bowserland genau so erstmal speichern oh man scheiße ja leute das war es für heute schön dass ihr da wart und wow und das wichtigste ist natürlich dass ich weiß wie ich zum post E3 sehr gut er hat heute was gelernt gut in dem Sinne bis zum nächsten mal schaut gerne gegenseitig auf den verschiedenen Kanälen vorbei und ja dann sehen wir uns bald wieder zum dritten und wahrscheinlich letzten Teil von 101 wo wir wahrscheinlich am Ende den Sieger haben werden bis zum nächsten mal und gute Nacht guten Abend machs gut leute